salam die sitze die sechste sitzung ja sechs dass ich schon mir die man die mohasta war heute möchten wir weitermachen b2 sicher b2 wir sind auf seite 21 leute setze sind letzte sitzung haben wir waren auf seite 20 wort schatz und dann wort bildung heute möchten wir sprechen und über ein bisschen über präsentation sprechen ja merci kam roma hast du man nun als inke morin hat mich koniett du haben bache de hoami bache toate kam slash demow mito bezhenid mahen jah her mebelgi k laughed Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es ist zum Beispiel Freundschaft zwischen Katze und Hunde. Das ist total ungewöhnlich. Tom and Jerry. Ja, oder zum Beispiel Kuchen, ja, Entkuchen und Katze. Kuchen, so wie du, denke ich, bedeutet Jujie. Ja, ich denke, lass mich hier schreiben. Kuchen. Ah, hier. Hier ist okay. Kuchen. Wenn ich... Kuchen, oder? Lass uns das checken, ja. Aber ich denke, ohne Umlaut. Das ist ohne Umlaut. Ja, Küken bedeutet Jünges Hund. Ja, das ist richtig. Mit Umlaut Küken. Ja, Küken und auch Plural ist Küken. So. Hier gibt es ein Bild, ja, auf der rechten Seite. Es gibt einen Hund und eine Katze. Buchstabe A. Beschreiben Sie das Foto und geben Sie ihm einen Titel. So, zuerst möchten wir das Bild beschreiben, ja. Ein bisschen beschreiben können. Zum Beispiel, ähm, dort gibt es, oder ich sehe, oder auf dem Foto, gibt es zwei Tiere, ja. Ein, es gibt einen Hund und eine Katze. Aber, äh, sie streiten sich nicht. Diskutieren, streiten und so. Ähm, sie sind ganz ruhig, ja. Ja, die Katze legt sich auf den Hund. Ja, die Katze legt sich auf den Hund. Warte, ja. Sich legen, äh, genau hier ist die rausgeschüttet. Äh, sich legen, ja, hier ist das jetzt hier, sich auf den. Sich legen auf, was heißt dann, auf, äh, Kammer, Rücken, Bauch. Entschuldigung. Und der Hund hat, äh, geschlafen, ja. Ja, aber die Katze ist, ist nicht so. Das ist, äh, wahnsinnig, ja. Äh, viel, ich weiß nicht, warum ist es so. Äh, das muss nicht so sein, ja. Sie müssen immer wieder, zum Beispiel, ähm, äh, sie müssen, ja, äh, sich streiten, ja. So, äh, und so, nicht so, äh, ganz ruhig schlafen, äh, und, ja. Das ist, das ist ganz ungewöhnlich. Äh, Titel, zum Beispiel, äh, ungewöhnliche Freundschaft ist ein, das ist, der Titel ist so schön, aber, äh, Freundschaft zwischen Katze und Hunde. Ja, das, das kann ein Titel sein, im Turnier-Titel-Beurschädiger. Ich weiß nicht, ihr, ihr könnt, äh, auch einen Titel geben. Äh, äh, und, äh, Buchstabe B, kennen Sie so eine Freundschaft zwischen Tieren? Berichten Sie, ich, wirklich, ich kenne nicht, ja, zwischen Tieren, ich kenne nicht, aber, vielleicht, äh, im TV, im Fernsehen kann man so viele verschiedene, gewöhnliche Freundschaften sehen und anschauen, aber, ich kenne nicht wirklich. Wenn, wenn ihr kennt, dann, äh, kannst du auch darüber einfach sprechen, ja. Ja, ich kenne nicht, 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 ja, bei Gott und Benevisit. Notieren Sie Namen und berühmte und gewöhnliche Freundschaften, so, auch, ich weiß nicht, aber hier gibt es manche Beispiele, großer, alter Unterschied, Harald und Mauder, ja, das ist eine Freundschaft, äh, und dann, äh, Konkurrenten in Sport, Politik, Kunst und so, unterschiedliches Aussehen, die sind, ich denke, äh, Titel, ja, Mensch und Tier, Team Struppi. Und gewöhnliche Freundschaften, ja. Buch Nummer 2, wenn da wäre ungewöhnliche Freundschaften, würde, äh, geht, äh, Kolieter, Autorina, Dorit, hat man, äh, Koltun, Bessasit, Jumle, Begit, äh, Benevisit, äh, kelasasit, gesorben, Bukonit, Beinschekt. Nummer 2, eine Präsentation über gewöhnliche Freunde. Bereiten Sie Ihre Präsentation in drei Schritten vor. Ja, da, wenn du in die Schritten hast, geht, Jumle, Beinschekt, ja. Ja, da, du bist du bist. Und dann, du bist du bist. noch mehr auf die ja bei der neid am bedanken michael do tanken kann ich sage es soll kass soll das solle passt auch mit ihnen zu be 1 bei der geöffnung in der miche breiten sie ihre präsentation in drei schritten vor vorbereiten aber die kann planen ja schritt 1 entscheiden sie sich für ein freundspaar oder eine gruppe von freunden überlegen sie wie sie diese freunde charakterisieren können was ist an ihrer freundschaft und gewöhnlich jenny die industrie und gewöhnliches sammeln sie materiale schritt zwei bringen sie das material in eine sinnvolle reinfolge in die terti wisch gut wachem oder tabb wachem gabliebe data jammi kardit rachwisch so badm kardit rada me do wong ge guftem legen sie dann präsentationsfolien an ja tunetik und jetzt ist die folie da schien mit euch habe hier slide tori eine folie mit dem titel ihrer präsentation dem ort und datum und ihren namen ihrem namen einen inhaltsverzeichnis mit den wichtigsten punkten mehrere folien mit den inhalten ihrer präsentation eine abschlussfolie mit einem dank und kontakt adresen jenny karek warb barbier präsentation anjan bedo daaren schreit 3 arbeiten sie die folien aus gestalten sie bei sich die schreiben sie auf jede folie nur wenige stichwörter und fügen sie wenn sie möchten passen des bilder ein schreit 3 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 Schreit 4 die wache ich präsentation habe walderschein hallo buchstabe b gibt es manche redemittel ja halten sie mit hilfe der redemittel so leute nach mithilfe haben wir was genetiv das ist eine präposition mit hilfe dann haben wir eine position ein genetiv ihre präsentation im kurs die zuhörer geben feedback feedback geben feedback und fragen nach so die präsentation einleiten und ich habe mich für dieses thema entscheiden und thema ich habe mich für ungewöhnliche freundschaften entscheiden bei menschen bei weil weg die gewalt so 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 ja was allein ich habe sie ausgewählt weil es nicht nur ein interessantes thema ist sondern auch viele leute darüber viele sprechen sondern viele leute auch haben die leute darüber viel sprechen ja miche kenne sie oder die beiden aus der jubel freundschaften bei uns kann man sie oder die beiden aus das besonders an ihnen oder den beiden ist und dann übergänge formulieren als nächstes möchte ich zum beispiel als nächstes möchte ich über die situation in meinem heimatland sprechen ja oder wichtig hier noch zu erwähnen dass katze und hunde können nicht freundlich sein ja oder nicht eine freundschaft schließen können nämlich eine freundschaft schließen nehmen zu einem wahnsinnige durchbachen ja man sollte auch nicht vergessen aber dann aber sagen wir können das ja außerdem darüber hinaus nicht zuletzt ja darüber hinaus denn ihr wie geht es genau das noch zu sagen wie geht es expressiv aufschließend massen die nächstes als nächstes so 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 weil wir präsentationen bewandern bei der sohn harfe gesagt haben für mich persönlich sind oder die beiden ein beispiel zum beispiel sie können auch loran hardy tom and jerry für mich sind die beiden ein beispiel für ungewöhnliche freundschaft weil dann nehmen sie einen gründ oder ich hoffe ich konnte euch ihnen ein paar spannendes einblick geben weil da hat haupt und gesellschaft beginnt ich danke euch für eure aufmerksamkeit was feedback haben das war sehr interessant vortrag allem was ich schon mal sehr gkc der vortrag mit der wii hast du dah haben wir tun ab und bspwarten gewöhnt oder wie ist es denn bei euch mit oder ihnen mit. ist es denn so dass. wii hast du da haben. wii hast du da haben wir tun wii schickle beparsd oder wie ist es denn bei euch mit oder innen mit? wii ist es denn bei euch mit oder das ist ganz einfach sie können einfach diese rede mitte so schön und so gut benutzen und so noch weitermachen gehen wir auf nächste seite schreiben leute seite 22 schreiben nummer eins kontakte pflegen bringen sie in der karte kelas hier nummer zwei übernehmen großkarten zu welchen gelegenheiten würden diese karten geschrieben so was bedeutet gelegenheit gelegenheit suche möglichkeit etwas zu tun bei gelegenheit bedeutet wenn sich die gelegenheit gibt genie wird kohlen fürstete bischmen gelegenheit macht diebe jenie wie es auch mitselt geben ge fürstete mix stief dozerra misseisen in dieser klinie schade dieses schweig malet habe ich habe haben sie hier doze nacken vielleicht nummer zwei zu welchen gelegenheiten würden diese karten geschrieben wengue badeche monas erwarten karte ist da dem schönen nummer eins dort gibt es vier feste drei feste jahres jahres zeitliches fest jahres zeitlich festlich jahres zeitliches fest wenn ich da schnee fast lee ereignis in der familie jahres zeitliches fest kann nummer eins sein denke ich ja nummer zwei ereignis in der familie jahres zb ein baby kommen heiraten und so nummer drei kann einfach sein und grüße von einer reise so nummer zwei kann sein und nummer vier ist ein geburtstag ja können wir dort schreiben geburtstag schreiben buchstabe b buchstabe welche elemente gehören unbedingt zu einer großkarte welche elemente für großkarte ich denke brauchen wir ein foto name datum titel unterschrift ja großformel diese dinge brauchen wir ja und ein ein text auch brauchen wie einen text ja etwas schreiben zum beispiel warum schreibe ich diesen text denn bei der großkarte die karte sind sehr langsam der im dinge nummer buchstabe c welche kreativen elemente verwendet die verfasserin verfasserin bedeutet jemand ja der etwas geschrieben hat das geht die sinne wichtig von karte zwei außer dem fantasy wort mia mia geben sie weitere beispiele für die kreative geburtstag symbolen wenn im berg und schon mal durchschnittliche koftige liebster herrnst du nun bekommst du auch endlich mal grüße aus der ferne zurück wir sind gerade im sohnigen so sohn ist ein symboli ja sohnigen sohn ich sind von christ der insel welt kroatien zu kroatien das wetter ist heiß schweizen die schwitzen bedeuten danach kann ich habe der im schien und ich verbringe die meiste zeit im wasser verbringen und alle werte augustelige im wasser platz 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 ich habe aber keine angst vom weißen hai so leute angst haben von etwas ja ich habe angst von dativ zum beispiel ich habe angst von der katze ich habe angst von etwas ich habe angst von etwas kusse haies jahne mit sefit ne wieder als am hai bedeutet kusse sondern esse sehr selbst jeden tag leckeren fisch mia mia so herzi bussi kussi ronia oder ronia ja genau ja zum beispiel wir können manche signale wir können pfitze benutzen zeige gorbetis waschen tun ihm als panje gorbet so weiter wir können ja oder zum beispiel herz zum beispiel ich liebe und dann jeden wir können ein herz ja bringen er gibt es ein herz oder in der damit ich liebe dich ja das ist ein symbol ich liebe dich oder so kann sein ja oder lachende smileys wir können so einfach smileys benutzen ja juli jazen auch da ein bisschen smiley man jadam wikerein wort mich ist am kabbelen baum meda des bin ich bin ich aber jadam nicht mehr tun meda des koches wargan bekommst du bachsche design wird weil ich hab ok so wieso kann man schreiben nummer drei karte zum kurs aber schrauben können ja schrauben sie nun selbst eine karte entweder an einem kurs teilnehmenden oder an eine ihre lehrerin oder ihren lehrer gestalten sie ihre karte so dass zum ab ab adressanten adressaten passt schrauben sie was sie am kurzanfang schon erlebt haben ja ok so dort gibt es redemittel ja unter diesen setzen ja gibt es redemittel schrauben sie über erste erlebnis bachchen etwas bewerten etwas bewerten hierzu arze bikerden sie lefomulieren so nummer eins sagt was was sie am kurzanfang schon erlebt haben hierzu ist schon etwas lachendes lachendes oder russland nicht haben etwas lachendes passiert ja zwei hat oder hatte in dem team ja was sie bisher im kurs gut finden und und unsere lehrerin hat viel darüber hat darüber viel gelacht hat darüber viel gelacht was sie bisher im kurs gut finden was sie im kurs gern noch lernen wollen und warum formulieren sie auch einen groß und oder dank beim etwas bewerten im moment kann ich noch nicht so viel sagen weil oder bisher gefällt mir der kurs und so zum beispiel bisher gefällt mir die ausrüstung ausrüstung der einrichtung welche einrichtung hier hier sind alles designe was sie im kurs noch gerne lernen wollen ja ich hoffe wir lernen noch oder ich würde gern noch mehr lernen denn für mich ist es wichtig ich finde es gut wenn wir einfach französisch französisch lernen wenn ich nach frankreich fliegen möchte oder frankreich nach frankreich oder frankreich fliegen möchte wenn ich nach frankreich fliegen möchte Blut B includes Lips oder Eles Hello Mein Mis Jäte Beid Beid Nähl minute ich warte auf deine Antwort ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich ganz gut ich liebe dich ich liebe dich ich liebe dich nächste Sitzung fangen wir Lektion 2 an Ciao, ciao, bis nächste Sitzung ich liebe dich ich liebe dich